Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf MV1. Ein wunderschöner Dezembermorgen hier in Rostock in der Südstadt. Wir begrüßen an unserer Seite den Vorsitzenden des Verbandes der Gartenfreunde hier. Und unser Thema ist natürlich das Kleingartenwesen in der Hansestadt. Das war 2016 ziemlich häufig in den Medien, muss man sagen. Es gab auch Streit im Hintergrund. Das wollen wir jetzt mal nochmal hinterfragen, diese Themen. Es ist sehr spannend, denn hier zum Beispiel diese Anlage in der Südstadt Grotterpol, die wird es demnächst nicht mehr geben, diese Anlage. Aber das ist Konsens auch mit der Hansestadt Rostock. Guten Morgen erstmal, dass es richtig ist. Es gibt einen Konsens, aber ich muss vielleicht weiter ausholen. Das Kleingartenwesen ist im Umbruch. Wir haben im ländlichen Raum das Problem, dass Gartenparzellen leergezogen werden. Wir haben dort Rückbaufforderungen, dort die Parzellen schwarz übergeben werden müssen. Das heißt einfach ohne Baulichkeiten. Aber in Rostock selbst haben wir eine Kleingartenrenaissance. Wir haben wieder Nachfragen nach Gärten. Aber wir haben natürlich auch mit der Stadt über die Jahre Vereinbarungen getroffen, wo sich Stadtentwicklung abspielen wird. Das ist hier am Grottenpol. Das ist seit fast 30 Jahren Konsens. Zu dem stehen wir auch. Dort wird es bis 2019 entsprechende Beräumungen geben. Dort gibt es Angebote der Stadt, die für die Kleingärtner ausgewogen sind und die wir auch teilen. Aber man muss der Stadt dabei schon auf die Finger gucken. Denn zum Beispiel hier am Grotterpol war ja immer die Rede von universitärem Bauen und auch studentischem Wohnen. Was man jetzt hat, ist hier natürlich eine riesige hässliche Kaufhalle, die hier am Grotterpol steht. Da muss man auch gucken, was die Stadt daraus macht irgendwie. Denn sozusagen das, was hier versprochen wird, das wird dann nicht eingehalten. In dem Fall ist das völlig richtig. Wir haben derzeit von privaten Investoren auch die Rückmeldung bekommen, dass auf ihren Flächen so etwas nicht passieren wird, was Sie gerade gesagt haben. Universitäres Wohnen, studentisches Wohnen. Da muss man jetzt nochmal gucken und nochmal nachsteuern, beziehungsweise wirklich nochmal hinterfragen, was da eigentlich gerade abgeht. Aber viel größer ist unser Problem, dass wir in anderen Baugebieten dort einen enormen Druck auf das Kleingartenwesen verspüren, wo bis zu 1900 Parzellen überplant werden sollen. Aber nochmal zurück zu den Anlagen hier in der Südstadt Grotterpol. Auch da musste man der Stadt nochmal auf die Finger gucken, weil die Stadt wollte eigentlich mehr haben als vereinbart mit den Kleingärtnern. Und da hat das Kleingartenwesen in Rostock ja einen Erfolg errungen. Richtig. Also woran man sich halten muss, ist eigentlich Recht und Ordnung. Und das war natürlich für uns ein bisschen erschreckend, dass man dort bestimmte Bereiche überplant hat, die so vorher nie vorgesehen waren. Und da mussten wir mit einem wirklich großen Kraftakt 2016 dort sicherstellen, dass eine Anlage an der Schäbenberg, die wirklich einen Quartiergedanken mit erfüllt, dass man innerhalb der Bausubstanz hier Kleingartenwesen erleben kann, platt gemacht werden sollte. Dagegen haben wir uns gewehrt. Es wurde nachher aus den Aufstellungsbeschützen herausgenommen. Ganz zu Ende ist das Thema noch nicht. Es wurde uns irgendwie informell mitgeteilt. Aber wir werden weiter kämpfen, weil wir glauben, dass gerade dieser Quartiergedanke, dass man wirklich auch Kleingartenanlagen innerhalb der städtischen Bebauung stehen lässt, mit integriert, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Stadt, für die lebenswerte Rostock ist. Ja, ein anderer Streitpunkt dieses Jahr, 2016, auch da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, war eine Kleingartenanlage in Magrafenheide. Und da hat die Stadt sogar einen Musterprozess angestrengt im Auftrag der Bürgerschaft und hat in der ersten Instanz verloren. Aber anstatt sich mit den Kleingärtnern zu klagen, gibt man weiterhin Geld aus und klagt weiter. Was ist da der aktuelle Stand? Und wie ist Ihre Auffassung als Präsident bzw. Vorsitzender der Kleingartenverbandes? Ein Grund ist sehr speziell. Die gesamte Fläche wurde von der Hanselstadt Rostock erworben, um dauerhaft Kleingärten zu sichern. Dass dort einzelne Parzellen dem zum Opfer fallen sollten jetzt, haben wir nicht verstanden. Wir haben auch entsprechend Widerspruch eingelegt. Es kam zur Klage, weil wir die Parzellen nicht herausgeben wollten, weil wir es halt rechtlich anders sehen. Wir haben in der ersten Instanz gewonnen. Es gab dann Überlegungen in der Bürgerschaft, dieses ganze Verfahren auch einzustellen und zu machen. Wo ich aber sage, und wir haben uns dort auch in der Bürgerschaft positioniert, dass wir die nächste Instanz gerne haben möchten. Weil wir sind auf der sicheren Seite. Und es tut uns wirklich leid, aber wir haben das als Beispiel für alle anderen Bauvorhaben, dass es so mit uns nicht zu machen ist. Und wir zeigen dort auch ein bisschen, ich will nicht sagen Stärke, aber wir zeigen dort auch, dass wir uns auch gut aufgestellt haben, was die juristischen Fragen betrifft. Und wir setzen die Sachen jetzt nicht aus, sondern wir gehen aktiv mit um und gucken, was dort im Frühjahr an Entscheidungen beim Oberlandesgericht rauskommt. Stärke zeigen Sie ja auch, beziehungsweise Stärke brauchen Sie auch in einer anderen Frage. Da geht es um das Stichwort Großbiesto. Das heißt, Rostock, liebe Zuschauer, baut plant einen riesigen Stadtteil für 10.000 bis 12.000 Menschen. Und da sollen vor allen Dingen natürlich auch viele Kleingartenanlagen dem zum Opfer fallen in den nächsten Jahren. Und das geht um, haben Sie selber schon angesprochen, 1.900 Parzellen, die hier dem Bauen in der Hansestadt Rostock, der Stadtentwicklung, was ja eigentlich auch was Gutes ist, zum Opfer fallen sollen. Ja, diese 1.900 Parzellen liegen im Augenblick im Planungsgebiet. Was da wirklich bei rauskommt, muss man erst mal sehen. Weil diese Größenordnung ist ungefähr so, als dass man eine Stadt wie Bad Doberan hier an Rostock andockt. Inwieweit das gut ist, wieweit das funktioniert, muss man sehen. Wir sind im engen Schulterschluss mit den Bürgerinitiativen der Hansestadt, die sich dort sehr, sehr breit aufgestellt haben und sich formatiert haben. Wo ich sage, die ersten Bereiche, die man jetzt versucht umzusetzen auf Viroflächen, kann man in der Größe mitgehen, weil zum Beispiel auch die Eigenheimbewohner würden sich nachher freuen, wenn sie entsprechend in den Gartenanlagen spazieren gehen, diese als Naherholungsgebiete nutzen können. In dieser ganzen Größe, die dort geplant wird, lehnen wir das natürlich entschieden ab. Hinzu kommt, dass zum Beispiel Planungen bestehen, dass man Anlagen wie die Dahlie mit einer Straße einfach überplanen möchte. Diese Dahlie hat ähnlich wie die Schlösser in Potsdam, Sankt Sussi und Ähnliches, die eine Nebenbedeile bekommen. Das ist eine bedeutende Auszeichnung im Kleingartenwesen. Richtig. Und stellen Sie sich mal vor, Sie ziehen in Potsdam, durch Sankt Sussi, einfach mal eine Straße. Ähnlich gestrickt ist es hier mit der Dahlie. Was würde da passieren? Und da müssen wir jetzt aufpassen, inwieweit man wirklich diese schönen Highlights der Hansestadt irgendwo kaputt macht, indem man dort Straßenbau betreibt. Sie sind da aber gesprächsbereit und auch kompromissbereit. Kann man davon ausgehen? Rostock braucht nur einen Wohnraum. Das ist unbestritten. Aber es muss bezahlbar sein und es muss halt wirklich auch einen Sinn machen. Wenn ich, wer will denn in Bisto wohnen, wenn dort wirklich 12.000, 13.000 Einwohner umgehen sollen? Und wenn man sagt, okay, es sollen dort die Leute aus der Werft oder Ingenieure nachher irgendwie eigene haben, schickt man diese Leute durch die ganze Stadt zur Arbeit? Ist das, was wir wollen? Und da hinterfragen wir wirklich und stellen auch möglich noch mal in den Raum, dass man plant, wie man es macht. Die Frage ist doch, macht man es überhaupt? Das sagen auch die Bürgerinitiativen. Wollen das die Rostocker? Gehen wir in die richtige Richtung? Welches Mandat hat dort die Verwaltung? Und das sind wirklich spannende Fragen, die 2017 noch richtig interessant werden. Ja, also für 2017 wünschen wir natürlich Ihnen da viel Erfolg. Es gibt aber noch ein anderes Thema und zwar, was jetzt in den Medien hochgekocht ist in den letzten Tagen, so einen hässlichen Streit mit einer Kleingärtnerin, die hier in Rostock auch politische Ämter bekleidet. Und da kam es zu schweren Vorwürfen auch in Richtung des Vorsitzenden des Kleingartenverbandes. Ja, es gibt Rassismusvorwürfe. Völlig lächerlich. Eher eine Aufwertung unseres Kleingartenamtes da angehend, dass wir in den Mittelpunkt gerückt werden. Hierbei geht es darum, dass man seit Jahren versucht, mit einer Bürgerin, die ein Mandat trägt, außergerichtlich sich zu einigen, weil es dort Verfehlungen gibt, beziehungsweise weil es dort Diskussionspunkte gibt, die wir zu lösen versucht bereit waren. Wir sind zu keiner Lösung gekommen und ich werde jetzt persönlich von ihr mit einer Anzeige belegt, die bei der Staatsanwaltschaft liegt. Wir gucken, was dabei rauskommt. Es ist leider dazu gekommen, ich hätte es gern anders gespielt, aber wenn es so sein soll, dann sitzen wir das nicht aus, sondern bekämpfen aktiv auch wirklich diese Machenschaften, die nicht im Sinne des Kleingartenwesens sind und wo wir uns ganz vehement dagegen wenden, dass jemand aufgrund seines politischen Amtes glaubt, Sonderbehandlungen kriegen zu können. Das geht nicht. Das letzte Thema und das berührt ja wiederum die Gartenfreunde in Rostock natürlich und im ganzen Land. Im Dezember ist ja wirklich nicht die Hochzeit des Kleingartenwesens, das heißt die Kleingärten sind hier recht verwaist und leer. Trotzdem muss man natürlich auch im Winter Vorsorge betreiben, natürlich für die nächste Saison natürlich schon. Das heißt, Gärten müssen winterfest sein, aber auch sicher sein. Haben Sie da noch ein paar Tipps für die Kleingärtner, was man denn im Winter, worauf man im Winter achten sollte? Wir haben eine strategische Partnerschaft mit der Polizei, sind dort in enger Verbindung und haben dort auch angeregt, dass es entsprechend Kontrollen und auch Überprüfungen und Patrouillen gibt. Aber wir können allen nur sagen, sichert eure Anlagen dahingehend, dass einmal die Haupttour auch wirklich geschlossen werden in dieser Zeit. Lasst Wertgegenstände nicht in den Anlagen, nehmt alles mit, versucht die Sachen so gut wie möglich zu sichern, aber auch transparent zu machen, dass es nichts zu holen gibt. Und ansonsten können wir dann, wenn wirklich mal was passieren sollte, es ist zurückgegangen, wir haben nicht mehr so viele Einbrüche wie früher, haben wir den Kleingartenversicherungsdienst, der dort, wenn die entsprechenden Anzeigen und die entsprechenden Protokolle der Polizei vorliegen, das unbürokratisch und schnell regeln. Letzte Frage nochmal, was machen die Kleingärtner in der Adventszeit? Auch dort kann man den Verband treffen, durchaus, wenn man nur richtig hinschaut. Richtig, wir stellen uns ja neu auf und gehen auch neue Wege der Kommunikation. So haben wir zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt in Warnemünde einen Verein am Moor, die dort frisch gepressten Apfelsaft heiß verkaufen oder gegen eine Spende abgeben und dort auch den Weg der Kommunikation suchen, das Gespräch suchen, sich einfach präsentieren und zeigen, dass wir halt wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und dort auch stehen. Alle Bevölkerungsgruppen abdecken und haben dort wirklich einen sehr, sehr netten Stand und laden alle natürlich herzlich ein, dort auch mal in Warnemünde auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Kirchplatz vorbeizukommen und sich das anzusehen. Ja, Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, wenn Sie die Kleingartenfreunde hier in Rostock kennenlernen wollen, dann gehen Sie einfach auf den Weihnachtsmarkt in Warnemünde. Das würden wir Ihnen natürlich ansonsten sowieso empfehlen. Die Weihnachtsmärkte im ganzen Land sind geöffnet. Dort können Sie sich natürlich auch mit den Kleingartenfreunden treffen. Ansonsten wünschen wir Ihnen natürlich eine besinnliche Weihnachtszeit. Herr Seifert, vielen Dank für das Interview und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche hier auf MV1.